Und willkommen zu Let's Play Nights Journey of Dreams Part 11 von Nightmare 614. Okay, und dann haben wir es auch schon fast mit Will. So, Aul, was habe ich denn? Du scheinst unglücklich zu sein, Besucher. Stimmt, was nicht? Mal gucken. Teile von meinem Herzen fehlen immer noch. Mein Vater verbringt keine Zeit mehr mit mir. Sonst ist es auch alles scheiße. Also ja, das stimmt alles nicht. Aber danke der Nachfrage. Gut, jetzt kommt ein Kaffee gegen den Hund. Oh, bitte der Kampf gegen den Hund. Ich mag dieses Hühnchen. Oh, das ist der Kampf gegen den Hund. Yes! Aber bitte keine Labyrinthe mehr. Bitte keine Labyrinthe mehr. Ach, den Hund finde ich toll bei diesen Leveln, aber die Labyrinthe nicht. Vor allem nicht mit Schaltern. Och, nö. Bitte sterben jetzt nicht wieder. Eine riesige Hundehütte. Hm. Was da wohl drin sein wird. Damn. Oh mein Gott. Hündchen, Hündchen, Hündchen. Yes! Oh. Hier ist so knuffig. Yes! Oh, Trieberkopf. Mehr Hündchen! Yes! Warte, wie mache ich das? Wir lassen die Kette, um die zusammen zu schlagen. Äh! Das hat schon mal nicht geklappt. Warte. Äh, fuck. Okay, das auch nicht. Böser Hund! Aus! Oh Gott. Äh. Ja, wie soll ich jetzt die Kette entnehmen? Shit. Willst du dich bitte wieder in diesen fischen Ball zurückziehen? Dankeschön. Nein? Du gehst weg. Hallo? Äh! Äh! Okay, ich hab's irgendwie geschafft. Ich brauch mehr... ...Dingens. Ich hab einen Namen vergessen. Ich muss durch die Ringe fliegen. Wo sind die Ringe? Da sind die Ringe! Okay. Wee. Wee. Okay. Auf mein Neues. Tut mir leid, Hündchen. Oh, I'm so sorry. Es tut mir mehr weh als euch. Okay, ich glaub, es tut euch mehr weh und... Äh, achso, da ist der Rand von dem Dingensersorg. Ich dachte schon, warum kann ich da nicht weiterfliegen? Okay, und der Kopp ist wieder da. Äh, das ist nicht gut. Ähm. Böser Hund. Warte. Nein. Äh. Fuck. Nein. Äh. Yes. Ich meine, nein. Ich meine, auch Schamhund. Och, Mann. Das hat bei diesem Undertale Genocide-One so viel getan, wo man die ganzen Hundewachen da getötet hat. Die haben auch diese Gereiche gemacht von Hunden. Oh, Mann. Nein, nein, nein. Böser Hund. Aus. Warte. Sitz. Platz. Hol ein Schnöckchen. Spiel tot. Spiel tot. Aus. Bleib. Keine Ahnung. Ah, böser Hund. Äh. Warte. Ja. Nein. Yes. Oh, ich hab's. Oh, er ist explodiert. Och, der arme Hund. Oh. Okay, und dann haben wir's auch mit Will bis auf den letzten Kampf, glaub ich. Ah. Eine Frage hab ich noch, hier bei diesem My Dream. Ist das separat von Ull und Helen, oder ist das das Gleiche? Jetzt müsste ja eigentlich weiters das Gleiche sein, oder? Ich weiß es nicht. Oh, yay. Idea. Ich kann nur noch die ganzen Level nachmachen, wo ich verkackt hab. Oh, Freude. Das hast du fein gemacht, Will. My future. Yay. Okay, haben fast alle wieder. Oh, Junge. Oh, oh, oh. Yes, yes. Ich weiß, welches das ist. Oh, die ist awesome. Oh, die ist awesome. Yes. Fuck yeah. Oh, und das Ding ist auf jetzt. Okay, jetzt kommt der letzte Kampf. Ho, Junge. Ho, Junge. Ich werde erst mal als Drache rumfliegen. Du Hängen-Persona. Yes. Oh, fuck yeah. Das mach ich jetzt. Oh, yes. Ich muss jetzt ganz im Tutorial wieder machen. Wur gemacht, Besucher. Jetzt ist nur noch die gelbe Idea übrig. Da kann ich jetzt alles nochmal machen, wo ich verkackt hab. Seit Jahren her. Oh, tausend mehr vererst hat die Treppen an diesem Hügel zu sehen, Mann. Ja, ich will rumfliegen. Ich will ein fucking Drache werden. Ja, ich weiß, wie man fliegt. So halbwegs. Ich bin doch nicht abgestürzt, oder? Aber da, aber da, bla, 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 bla. Ja, bla, 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 bla. Ich will ein Drache werden, Mann. Ein fucking Drache. Oh, ja. Ja, ja, nach rechts. Ja, da, ja. Da, 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 da. Yes! Haha! Ah, ich liebe es! Guck dir das an, ich bin ein fucking Drache! Yes! Ah, das ist so cool! Was ist denn jetzt los? Ja, halt die Klappe aus! Oh mein Gott, der Nacken! Holy shit! Oh mein Gott! Gott! Nein, geht's dir gut? Du, du siehst nicht so gut aus! Holy shit! Owl, was hast du getan? Hilf mir her! Du, ich glaube, ich habe gerade größere Probleme, Owl. So wie mein fucking, äh, wie mein fucking Knick, das gerade ein bisschen gebrochen ist, glaube ich. Never mind! Ist wieder gut, okay. Ja, das war interessant. Okay, jetzt können wir auch hier runter. Ja, oh mein Gott. Ja, was habe ich vor? Bin offen, würde ich mein Knick zu brechen. Das wäre ganz nice. Holy shit! Die Wibbel sollten sich, glaube ich, nicht so drehen. Oh, habe ich... Ich habe ihn! Yes! Kann ich auch hier in den... Nein, kann ich nicht. Ich will hier... Nein, kann ich nicht. Okay. Okay, ich fahre eigentlich in den Tunnel. Das geht schon mal nicht. Da ist die Kiste. Oh, das ist so cool! Oh! Ja, ja, ja. Oh mein... Wieso geht das Ziel immer so nach oben? Was zur Hölle? Okay, ja, das ist ein bisschen aus unserem Knicks jetzt nach Luft dringend, während er gerade langsam am Sterben ist. Weil auch unser Genick gebrochen hat und... What the fuck? Oh mein... Okay, ist wieder normal. Alles klar, das macht mir ein bisschen Angst, aber okay. Wir sind zwar eine riesenfliegende Schlange und sind sehr beweglich, aber das ist ein bisschen sehr übertrieben, Knicks. Ein bisschen sehr übertrieben. Okay. Jetzt ist das, glaube ich, noch normal, oder? Ich kann es gerade nicht sehen. Ja, okay. Genick war noch normal. Das ist irgendwie lustig. Wie abgefuckt kriege ich das wohl hin? Warte. Was ist das mit dem Genick los, ey? Oh man. Nö, kein Delphin. Ich habe jetzt fucking Drachenpersona. Scheiße auf einen Delphin. Aber Drach ist cool. Ich finde das so cool. Vom gebrochenen Genick mal abgesehen. Aber das hat auch irgendwie was. Okay. What the fuck? Oh man. Ich weiß nicht, ob mich das Ganze einfach schlimmer macht oder ob es das Ganze besser macht. Ja, okay, doch. Das macht das Ganze um einiges besser. Ich mag diese Persona. Aber das ist wirklich gruselig. Ja, ja. Kann ich ihn eh nicht machen als Drache. Aber ist egal. Ich kann anscheinend Genickbrüche überleben. Das ist doch auch cool. Das reicht mir. Okay. Müssen wir jetzt alles nochmal abfliegen? Ja, Paraloupe mache ich jetzt eh nicht. Ich bin fucking Drache. Oh man, das ist so cool. Guck, wie ich mich drehe. So, weee. Oh, ich liebe es. Oh. Guckt euch das einfach an. What the fuck? Ja, nein, nein. Ich will sie wegbashen. Warte. Einen Moment. Target acquired. Bam. Bam. Hab's fast verkackt. Bam. Ha, so cool. Drachen sind awesome. Drachen sind eigentlich awesome, wenn sie jetzt nicht gerade so abgefuckt da rumschweben. Ich meine, was zur Hölle, Nights. Was zur Hölle. Ja, scheiß auf die Bootschips. Braucht kein Schwein. Ja, ich hab mich ans Fliegen gewöhnt. Das kann ich im Schlaf machen. Und mit gebrochenem Nacken. Das ist ganz toll. Das ist ganz toll. Ja, nein, nein. Ich will einfach nur genießen, ein Drache zu sein. Bis Megan da jetzt völlig durchbricht, glaube ich. Wenn du wieder was zu sagen hast, Aul. Obwohl es hat seinen Charme, seinen morbiden, rufsliegenden Charme. Irgendwie. Kann ich hier auch Kunstfliegen machen? Als Drache? Nein, kann ich nicht. Okay, schön, dass ich das Haus gefunden habe. Okay. Yay! What the fuck? Irgendwie funktioniert das nicht so ganz. Oh, Mann. Okay, das war die Drachenpersona. So, irgendwie. Okay, jetzt die falsche Richtung. Treppen hoch. Sollte ich auch zu den Treppen gehen und nicht Richtung Ausgang? Ha, sauber gemacht, Nights. Also ich Nights, nicht der Nights. Oh, ist ja egal. Hey, Helen! Na, wie geht's? Das will die ganze Zeit nicht furchtbar schief gehen. Überhaupt nicht. Na, was hab ich gesagt? Immer wenn so lange es im Larm braucht, werde ich richtig nervös. Hier, du bleibst hängen. Spiel. Ah, okay. Oh, puh. Äh, hopp. Das war so klar. Was sagst du da? Ich kann dich über die ganzen Soundeffekte nicht verstehen. Kannst du das nochmal wiederholen? Nein? Okay. Ja, was auch immer. Yay! Ich glaube, Nights hat größere Probleme. Oh, du kommst schon zurecht. Zieh dich hoch mit deinem mickrigen Arm. Jetzt können wir da doch reinspringen. Yes! Yes! Spring in die dunklen Ozean. Spring rein. Spring rein. Das ist mal ein böses Lachen, ey. Der macht's richtig. Ich kann sonst kein Wort verschärfen mit dem, was er sagt. Weil er entweder nuschelt. Oder die ganzen anderen Effekte zu laut sind. Aber das ist ein gutes Lachen. Ein gutes Lachen. Okay, bye. Helen! Nein! Jetzt kann ich da reinspringen. Okay, mit Anlauf. Yes! Mach's gut, du schöne Welt! Ich hab dich immer gehasst! Billbridge. Unbewusster Traum... Äh, Traum? Raum? Ist die Traum, oder? Bei mir sieht's aus wie Raum auf dem Bildschirm. Aber Raum macht keinen Sinn, also muss es ja wohl Traum sein. Ich verstehe wirklich, was es bedeutet, Menschen zu vertrauen. Es leuchtet! Es leuchtet! Müsst ihr dafür nicht da sein? Ha, sorry. Yes! Juhu! Okay, oh. Oh, ich weiß, was da kommt. Feuerwerk, Feuerwerk! Ballons! Yes! Und Feuerwerk! Juhu! Okay! Mehr Feuerwerk! Feuerwerk ist awesome. Yes! Da passiert's irgendwie auf dem Bildschirm, aber egal! Das ist awesome! Yes! Komm her, du Kackvogel! Ich krieg! Kann ich... Ich kann gar keinen Power-Loot machen, oder? Nee, kann ich nicht. Ich bin kein Lightmeer-Mein. Upsi. Oh, ist aber egal. Oh, wo muss ich... Oh, da muss ich hin! Upsi! Okay. Oh, so viele! Yes! Haha! Komm her, du Kackvogel! Dich krieg ich! Komm! Oh, da ist schon wieder das Ding ab. Das ist ein Fein. Äh. Weniger per Kacken, mehr Vögel fangen. Warte! Target acquired. Wo ist er? Da ist er. Ugh! Ugh! Weniger verkacken, mehr Vögel fangen! Ah! Yes! Okay! Einen hab ich! Ah, das ist irgendwie cool. Bisschen sehr überladen, aber cool. Jetzt zumindest die Musik noch nicht so cringy. Was kommt noch? Oh nein, nicht das. Wee! Hey, na! Hey, awesome! Ich dachte, ich hab verkackt! Nice! Mehr Ballons! Oh, das ist so cool, da einfach durch diese Stadt zu fliegen. Oh! Ich will auch fliegen können. Wuhu! Okay. Ich muss gar nicht erst versuchen, Looping zu machen. Ich kann ja eh keinen Parallup machen. Obwohl, da ist Glitzer hinter mir. Ah. Aber ja. Oh, das hab ich verkackt. Ah, so egal. Das hab ich auch verkackt. Ah, egal. Eh. Okay, nein, mehr Konzentration. Verkack's nicht. Wo muss ich hin? Da muss ich hin, okay. Okay. Target acquired. Oh, mehr Ballons! Yes! Oh, so cool. Hierher, du blöder Vogel! Nein, das versuch ich jetzt gar nicht! Oh, Stein. Hab ich nicht gesehen. Suddenly, Stein. Oh, das Ding hätte ich versuchen sollen zu kriegen. Oh, sehr egal. Wo ist der Vogel? Ich soll doch durchfliegen und nicht drüber. Das wäre schon mal ganz hilfreich. Okay, da ist der Vogel. Oh, ist der Vogel sogar weg? Oh, nicht schon wieder. Okay. Ich kriege ich. Target acquired. Und so close. Komm schon. Komm schon. Oh, Moment. Yes, nein. Oh, Gebäude! Fuck! Oh Mann, ich hätt ihn fast. Find ich nicht nett. Oh, komm schon! Oh Mann! Er ist so nah. Ich kann so fast deinen Arsch berühren, würde ich gerade sagen. Ich kann fast deinen Hintern berühren, ey. Na komm! Yes! Haha! Oh, ziemlich knapp. Und? Nein, kein Powerloop. Okay. Wir dürfen mal sicher gehen. Okay. Oh Gott! Ja, okay. Das hab ich verdient. Oh, wie Dunkelheit! Das ist ein echt gutes Lachen. Das muss man ihm lassen. Oh, das ist schlecht. Trotzdem, gutes Lachen. Gutes Lachen. Ah! Die Glocken dröhnen in meinem Ohr. Ah! Yes! Ich finde das Lied doof, aber trotzdem. Okay! Wo ist der letzte Vogel? Mehr auf mit diesen komischen Lichtdingern. Ich kann nicht, was die Dinger sind, aber egal. Sie machen irgendwas. Das ist ein Gebäude verschwinden. Das ist gut. Na! Ah! Okay. Oh, einer. Ich verkack. Das wäre egal. Yes! Weg mit dem Gebäude! Ich sollte versuchen, durch die Dinger zu fliegen. Na! Haha! Oh! Ich sollte versuchen, durch die Dinger zu fliegen. Oh, hat Helen den erwischt? Oder ist gut? Nein! Tür! Bleib auf! Ah! Bam! Eine Fernbedienung spackt ab, aber egal! Ich hab jetzt auch Batterien gewechselt. Diese Akkudinger sind kacke. Aber so richtig. Oh! Flieg durch die Ringe nicht mehr. Das wäre hilfreich. Oh, so viel Luftballans. Und Feuerwerk. Und das krieg ich hin. Yes! Ha! Okay, mehr Ringe bitte. Danke. Na, komm her, Piepmatz. Na, komm her. Ah! Yes! Okay. Ja, schau auf den Rest. Das Ding ist hier oben. Irgendwo hier rum. Warte. Wo war das Schloss? Das war... Wie lange nehme ich einen schon auf? Oh, das war egal. Das ist okay. Bam! Ha! Ach, ein B. Damit kann ich leben. Nice! Oh, yes! Das ist so cool. Ah! Ein B. Nice! Und mach hier mal Schluss. Also, das war Let's Play Nights. Journey of Dreams! Äh... Den Part habe ich vergessen. Ist doch egal. Na, okay. Die Katze sind hier noch. Und Nights lebt noch! Irgendwie. Glaube ich. Keine Ahnung. Bringt es gut. Denk ich. Oh nein. Ja, lebt noch. Hab ich doch gesagt. Es ist okay. Nicht über mich. Danke, ihr zwei. Sollte ich hinter euch gucken? Oh. Das sieht echt awesome aus. Bosskampf! 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 Aber im nächsten Part... Ich überziehe schon die ganze Zeit. Also, da können wir uns angucken. Miep, miep! 6, 2, 3... Die Ägypte! Untertitelung des ZDF, 2020